Musik 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 MUCHEN Backstage Alle ein bisschen verkatert Guckt euch die mal an Unterhalten sich da über die schlimmen Dinge die sie gestern gemacht haben nach dem Konzert Da ist noch so einer Ja. Ja. Und da ist auch noch so einer. Der Paarer. Hallo! Ah, dann sollen wir rausgehen. Bisschen flirten. Marc! Was ist denn Marc? Nein. Guck dich das mal an. Strahlenblauer Himmel. Das ist echt ein Zeichen. Jetzt sind wir total doof und laufen hier in dieser Kasse. Planlos. Ehrlich? Ja, klar. Ach was? Kommen wir da nicht mehr rein jetzt? Nein. Wir haben keine Spekulation. Hör mal. Für eine Mille kriegst du in Rheinberg vier Häuser. Manchmal auch fünf. Und du hast hier so ein Haus gekauft wahrscheinlich, ne? Nein, ich müde immer noch. Hey! Warum sind wir hier? Mit Handhauten. Dürfen wir euch ein paar Fragen stellen? Wir füllen ein bisschen fürs Zutaten. Hoi. Wer seid ihr denn? Und wo kommt ihr her? Aus Bamberg seid ihr extra hierher gefahren. Wie lange seid ihr denn unterwegs gewesen? Zweieinhalb Stunden. Was ist euer Famous Song vom neuen Eigenschaften? Äh, Freunde. Freuen? Warum? Warum freuen ihr das? Auf was freut ihr euch am meisten? Allgemein? Eher auf die Muffe? Eher darauf, dass ihr viele Leute trefft, die ihr schon kennt? Oder? Was ist für euch dieses besondere Muffe? Auf alles. Auf alles. Auf alles. Auf alles was geht. Feiern mit Grün. Mit Grün. Ja. Auf alles. Auf alles. Auf alles. Hallo. Ihr seid heute dann im Fütturm-Grupp? Klar, ja. Okay. Wann ist man im Fütturm? Heute ist das erste Mal, ja. Wie seid ihr da aus dem Fütturm? Ich höre die ziemlich gerne. Wir kommen eigentlich aus Österreich. Vollwerke. Ist das nächste aus Österreich her gefahren? Wir auch, ja. Bier oder Wein? Bier! 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 Das haben wir schon in der Z. Das liegt ja von alleine fast. Ja. Wenn du so viele Alben gemacht hast, sind die die besten Sachen, die wir so empfinden. Das ist ja gut, wenn du so spielst. Alles kannst du ähnlich spielen. Leider. Wobei, heute spielen wir alles. Wo habt ihr denn die Farbe gemacht? Das ist schade. Das ist schade. Das ist schade. Nein! Ich hab auch den. Pinken. Pinken. Ich hab noch einen schwarzen, aber das kommt auch ein bisschen zu. Weißt du, wenn ihr dich selber entklagen könntest? Auf der weite Schluck. Auf der weite Schluck. Ich hab noch einen schwarzen. Mein Gott. Ich hab noch einen schwarzen. Mein Gott. Wenn ihr wollt... Ich hab noch einen clue. Ich hab noch einen schwarzen, in der z. Ich hab noch einen schwarzen, in der z. Wir fangen kein Leben an, wir fangen nichts an, wir fangen kein Leben an, wir fangen kein Leben an, wir fangen kein Leben an. Hast du geschwitzt? Das erste Mal, du hast geschwitzt. Ja, ich. Mann, 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 Mann. Das war richtig in die Hölle. Das erste Mal geschwitzt. Bäh, bäh. Ja, manchmal muss man auch mal Pipi machen.